Hallo zusammen. Schauen wir mal die Zitadellenstadt an, die die Römer vor Wien aufgestellt haben. Also ich finde das faszinierend, wie das aussieht. Schauen wir mal, da sind sogar ganz entgegen die Kühe gerichtet. Und da hat so eine Kanone drin. Also ich weiss nicht, was der Römer da wirklich vorhat, aber er hat ja Frieden mit den Österreichern. Und ich habe mir überlegt, wenn da schon so viele Zitadellen sind, könnte ich doch da auch so Zitadellen machen und sie da ineinander verbinden lassen, wie der Römer das gemacht hat. Und da könnte ich eben auch eine hinstellen, weil dann hätte ich das, das und das Feld und da gäbe es noch Edelsteine. Und ich würde dem da ein wenig mehr wegnehmen. Also ja, viel mehr nicht. Eigentlich würde ich ihm nur das Feld wegnehmen, aber das wäre immerhin etwas. Und den Römer würde ich das Feld wegnehmen, aber das interessiert eh niemand, weil so weit kommt der Römer gar nicht. Was die Schneise, die römische Schneise da soll, weiss ich eh nicht. Kommt, wir gehen einfach mal in die nächste Runde. Ich hoffe, ihr habt ja letztes Mal alles richtig gemacht. Ich habe den Ansammel bemerkt, wenn ihr angreift, will nur zu, aber spielt mir nichts weiter vor. Nein, ich will dir im Fall nicht den Krieg erklären. Wir kommen in Frieden. Äh, tschüss. Du kannst mir den Krieg erklären. Früher oder später. Was? Wieso denunziierst du mich jetzt, Bakal? Wir waren doch immer gute Kollegen. Ah, komm rauch doch noch etwas von deinem Cannabis-Platten. Hör auf. Nein, du musst mich doch nicht denunzieren, du Sack. Was? Und du jetzt auch noch? Oh, nein. Das kommt nicht gut, Jungs. Das kommt nicht gut. Ah, das ist sogar verdammt schlecht. Ah, okay, okay. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Hey, es gibt einen grossen Händler. Wow. Und ich habe ja gerade Geld gesehen, aber es gibt fast keine Stadtstaaten mehr. Oh, schau da. Ah, du grossen Händler im Baden. Dankeschön. Aber warte, lass mich jetzt hier noch schauen. Belgrad, Priscil ist meine. Dann Wellington ist nicht mehr meine. Wo ist Wellington auch schon wieder? Irgendwo da hinten, da oben, genau. Dann ist Biblos meine. Ilfe, Ilfe und Lübeck ist meine. Singapur nicht. Und Brüssel auch nicht. Okay, ist gut. Also schauen wir mal, wo kommt der Bautropäne? Da. So, zum Eisenbahnschein legen. Denn du könntest, ja, ich rechne wirklich damit, dass ich bald, bald im Krieg werde sein. Darum kommst du einfach mal ein bisschen da raus und ein bisschen da runter. Während du, ja, mal, da rübergehst, auf Graz schauen, was da so läuft. Ah, da, Linz. Ja, das beobachten wir. Ich will wissen, ob das Linz. Das wird durchkommen. Äh, Raka Todarmal. Äh, schicken wir, glaube ich, auf Küsil, oder? Wie viele haben wir da? Ähm, ah, sehe ich das da nicht. Ich muss jetzt wirklich hier schauen. Äh, wo ist Küsil, Küsil? Äh, da haben wir. Ah, man sieht das nicht. Das ist ja ein Zeichen. Wie viele Punkte ich habe? Wo muss ich da jetzt wirklich rein? Äh, 125 haben wir da. Dann hier Lübeckart in Liefen. Da haben wir 92. Ui, da müssen wir schauen. Lübeck haben wir 81. Oh, noch weniger. Nein, ganz schlecht. Byblos, 118. Das ist okay. Äh, dann was haben wir noch? Sonst ist glaube ich eben nichts mehr. Oh, aber ich glaube. Dann einmal Belgrad. Da haben wir 131. Sehr gut. Also, ich glaube ich gehe auf Lübeck. Weil Lübeck ist meine wichtigste Stadt. Äh, komm doch mal. Da hinsch. Oder da hinsch. Ja, komm doch mal da hinsch. Das ist okay. So, Kubulei. Wolltest du jetzt hier wirklich eine Zitadelle bauen? Wobei du hier auch gerade eine bauen würdest? Dann lassen wir es lieber. Und dünn uns um die Produktion kümmern. Und zwar machen wir, nachdem wir die Eremitage haben, äh, der Zoo? Nein. Das Wasserkraftwerf wäre cool. Aber die brauchen Leute, um zu versauen. Ähm, ich denke ich probiere es mal mit einer Kavallerie. Ich habe nämlich noch die Kenne gemacht und Normbauteile kommen ja bald. Ja, den bräuchte eigentlich dich nicht. Weisst du, ich mache dich noch schnell zu etwas anderem. Du könntest doch zuerst noch schnell eine Schmiede bauen. Einfach, dass du eine Schmiede hast. Oder eine Waffenkammer. Das wäre natürlich auch cool. Kommt, wir machen zuerst die Waffenkammer. Und dann könnten wir die nächste Runde ein. Aber Romeo und Maya haben uns denunziert, weil er erkennt. Wow! Grosser Händler. Jetzt sind wir ja hier fast wieder dabei. 58. Äh, das ist immer noch zu wenig. Aber ich könnte dir ja schnell ein Geschenk machen. Ja, da gibt es nur 45. Wieso gibt es denn so wenig? Wie viele Stutze hat eigentlich der Marokkaner? Ah, nicht zu viel. Aber der macht auch 130. Wieso möchten alle so viel? Du machst auch 130. Du machst nicht zu viel. Okay, immerhin mal jemand. Du machst auch nicht zu viel Geld. Aber du hast viel Geld. Und du machst immens. Man, 350. Krass. Krass, krass. Weißt du was? Aber wenn ich jetzt so viel Geld habe, könnte ich doch mal eigentlich ein paar Sachen kaufen. Zum Beispiel ein Museum. Da gibt es viel zu viele. Pagoden. Gebt mir ein bisschen Zufriedenheit und Kultur. Wie viele habe ich denn da? Ja, eigentlich genug. Komm, bau die Pagoden. Das ist mir egal. Äh, Wignoli. Ja, könnte ich machen. Aber vielleicht wäre da eine Fabrik eben noch cool. 780. Wobei ich würde den Stutz lieber nehmen und anders investieren. Wenn ich ehrlich bin. Ähm. Ich glaube ich mache. Wie viel Aluminium habe ich? Äh. Das sehe ich jetzt auch nie. Ah, mal hier. 10. Wow, okay. Also da könnte ich eigentlich das Wasserkraftwerk machen. Noch eher als Kohle. Weil diese Kohle importieren wir alle nur. Ähm. Weisst du was? Ich baue mir jetzt hier ein Wasserkraftwerk. Beziehungsweise. Ich habe es mir gekauft. So. Gut. Also. Nächste Runde. Einfach damit es hier ein wenig vorwärts geht. Äh. Du wachst bald. Ihr wachsen beide bald. Irgendwann haben wir unsere Vorschläge. Wir scheiterten. Ja. Ja. Das macht nichts. Das ist im Fall easy peasy. Alles okay. Du nicht schwierig. Liebe Mayaner. Und du? Mir ist es aufgefallen. Ja. Was? Wir sind winzig. Bereitet euch noch ein bisschen. Komm. Komm. Leg mir Augustus aus. Du hast eh nichts zu melden. Oh. Da kommst du mit einem Panzerschiff. Habe ich keine Angst. Ah. Augustus Cesar. Ah. Wir schmieden jetzt auch schon Pläne. Wir haben doch schon herausgefunden, dass Wien Pläne schmiedet gegen mich. Ah. Und jetzt kommt auch noch der Augustus. Vielleicht. Vielleicht. bewahrheitet sich das bald, was Terminator Phil schon mal gesagt hat. Nämlich. Dass die zwei Nationen mir gleich, gleich werden den Krieg erklären. Oh. Wir haben einen Frachter. Und ich habe gesehen. Ilfe Ilfe will einen Handelsweg. Äh. Das machen wir natürlich. In diesem Fall gerade Ilife. Komm. Ich sage immer Ilfe Ilfe. Aber es ist Ilife. Ilfe. Es gibt zwar nur 19 Gold. Aber. Die brauche ich. Und die nehme ich auch. Komm mal da runter. Iiiiih. Du hast hier noch viel Schiff. Dorthin sind sie am Kriegen. Ah. Aber da ist eigentlich nichts. Das wird da nicht gross etwas. Komm. Wir gehen da weiter. Können wir später wieder vorbei. Äh. Da. Komm ich eigentlich gar nien durch. Hä? Sehe ich das richtig? Ich muss da alles aussen rum. Hm. Ja. Okay. Machen wir. Also komm. Komm mal. Da rüber. Jetzt. Kubi. Du bleibst wieder mal. Und. Abgeordnete einsetzen. Ja. Machen wir. Aber zuerst schauen wir was wir noch produzieren. Ein Museum möchtest du gerne. Ich wäre eigentlich fast für die Windmühle. Oder? Äh. Ja. Wobei. Zwar. Kommt der grosse Ingenieur. Der kommt eh nie. Ich bräuchte mal anständige Schiffe. Äh. Da. Ja. Ja. Ich habe da einfach nichts. Scheids. Also es bringt mir da alles nichts. Ich mache mir mal eine Artillerie. Ja. Da zahlt keine Waffenkamera. Ja. Es kommt bald aus dem Museum. Dann setzen wir unsere Abgeordneten ein. Katholizismus. Wenn wir nicht. Äh. Wir haben am meisten Stimmen von euch allen. Hehehe. Dann setzen wir doch mal alles da drauf. Weisst du was. Wir setzen das sogar so drauf. Weil ich nehme an. Da werden noch andere dagegen stimmen. Also. Machen wir. Dankeschön. Die nächste Runde. Oh. Ich habe nicht gelesen was das war. Aber wahrscheinlich nichts Wichtiges. Oder nichts Entscheidendes. Öffentliche Erklärung. Ja ja. Brüssel. Steht jetzt. Unter dem Schutz. Ja. Das ist mir egal. Da. Hat es da noch irgendetwas? Da hat es eh nichts. Äh. Da möchte ich eigentlich schnell schauen. Wieso? Möchtet ihr da nicht irgendwie. Etwas Clevers draus? Hehehe. Oh. Da möchte auch noch jemand einen Handelswerker. Das habe ich gesehen. Wer denn? Ah. Den habe ich ja jetzt erfüllt. Das ist das. Handelswerker. Und dann habt ihr zu wenige Stimmen für das Nein. Hahaha. Zwei, vier, fünf. Deutlich. Und das hier. Was? Das ist auch erlassen worden. Fuck. Shit. Der hätte doch mehr Nein sollen. Oh gut. Marokko hatte jetzt sieben Stimmen hinein. Wow. Okay. Jetzt sind wir alle katholisch. Ja. Okay. Dann haben wir für Ilife den Handelsweg. Und. Eine neue Einheit von Belgrad. Sehr gut. Jetzt schaue ich hier aber schon mal schnell. Jetzt sind wir auf 131. Sehr gut. Sehr gut. Dann ist Baden gewachsen. Also. Äh. Delemon ist gewachsen. Baden hat einfach die Grenzen ein wenig erweitert. Dann schauen wir mal schnell auf Delemon hinein. Dann gibst du mir das. Ich will aber. Das. Ja. Alles andere ist nichts wert. Und jetzt werden wir nachher hier wieder reinputtern. In acht Runden aber erst. Okay. Dann äh. In Belgrad ist es gescheitert. In Lübeck aber nicht. Da sind wir auch schon auf 98. Das ist ja gut. Ah. Da steht es ja wenn ich draufgehe. Ich muss ja gar nicht rein. Verbündete 98. Wie viel haben wir jetzt hier im Küsil? 123. Sehr gut. Sehr gut. Also. Äh. In Belgrad ist sie gescheitert. Aber ich habe immer noch 125. Mach nichts. Mach nichts. Das ist gut. Äh. Österreich haben wir gesehen. Äh. 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 Sehr gut. Dann machen wir diese Bahn hier durch. Aha. Dass wir hier alle mit der SBB gut verbunden sind. Jetzt können wir dich upgraden mit. Wow. 135 Gold. Wow. Du bist teuer. Ähm. Du kannst bleiben. Du kannst bleiben. Äh. Du kannst hier mal rüberkommen. Da sehe ich zwar nicht weiter rein. Aber du kommst hier runter. Da müssen wir einfach noch alles aufgedeckt haben. Damit wir alles aufgedeckt haben. Äh. Nein. Du wärst ein guter für 135 Gold. Alright. Dich. Ja. Du wärst auch okay. Ähm. Dann haben wir diesen rüberkommt. Den da noch. Für. Was hast du denn du? Und du bist nicht so ein guter. Äh. Ja. Wollen wir? Wollen wir? Äh. Ich glaube schon. Zeig mal die Demografie. Wir sind eindeutig die Schwächsten. Wow. Schau mal. Wow. Da muss etwas gehen. Liebe Leute. Da muss etwas gehen. Oh. Ähm. Wir tun. Ja. Wir tun. Äh. Dich upgraden. Und wir tun dich upgraden. So. Dich nicht. Dich nicht. Dich nicht. Und dich. Ja. Da bin ich nicht so überzeugt davon, wenn ich dich jetzt upgraden. Aber es wäre schon gut. Es kostet mir einfach wieder Geld. Komm investieren wir und gehen in die nächste Runde. Äh. Jetzt haben wir hier noch 1-2 Schützen. Äh. Komm da hoch. Äh. 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 Ich bin unruhig. Ja. Du hast mich denunziert. Was willst du eigentlich? Also bitteschön. Kannst nicht alles haben. Denunzieren und dann noch glücklich werden dabei. Also hallo. Oh. Da fliegen Flieger rum. Hast du das gesehen? Wow. Oh. 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 Nicht gut. Äh. Wir waren... Wir scheinen dieselbe Zeile zu verfolgen. Huh. Gut. Wenigstens hat nur ich einer auf der Seite. Die letzten zwei halten zusammen wie grosse Brüder, so wie es sich gehört. Was gibt es denn für einen Zerstörer? Wow, cool. Wir müssen dann einfach zuerst mal ein goldiges Zeitalter haben. Yes, nice, nice, nice. So liebe ich das. Jetzt können wir ja bald allen den Krieg erklären. Warte ich mal schnell. Zuerst setzen wir die Kavallerie ein. Und zwar hier oben. Oh, du hast auch schon eine Artillerie dort. Komm mal hier hoch. Das ist ok. Ja, ja, das haben wir gesehen. Dann können wir im Baden noch mehr bauen. Ich brauche glaube ich schon noch dazu. Aber ich wäre auch für die Freiheitsstatue. Weil, schau mal, wow, das gibt mega viele Zeug. Aber die kann mir fast niemand wegnehmen. Ähm, ich brauche aber zuerst ein wenig... Ich muss da ein wenig schauen. Äh, komm, nein, ich baue die Freiheitsstatue. Das ist ok. Äh, du kannst hier drin bleiben. Dann baust du mir die SBB fertig. Du bleibst Kubi. Habe ich dir das schon mal gesagt? Dann setzen wir hier fix hin. Äh, da möchte ich lieber wieder rüberkommen, eigentlich. Mal schauen, was hier drin läuft. Im Ur oder in Leife. Äh, komm, alles nicht interessant. Da ist spannend, was geht. Und mit dir, komm ich mal hier drin. Ja, da gehst du meist raus. Da wollen wir einfach mal alles aufgedeckt haben. Du, kommst. Ich glaube, nirgends nennen. Du machst einfach mal hier ein wenig Auf-Pause-Modus. Genau. Super, acht Runden bis zum Verbrennungsmotor. Und dann können wir mit den Panzern los. So, wenn es eine Theresa Pläne gegen euch geschmiedet. Ja, danke, danke, danke. Kann ich mich bedanken, bitte? Ah. Äh, er darf mischen Auregründen. Keine Städte, sondern öffentlich denunzieren. Ja, da, eine Freundschaftserklärung. Haha, tschüss, du denunzierenden blöder Typ, du. Ähm, ich habe neun Anhänger von mir. Wow, leckst du mir den Katholizismus macht 44 Druck. Und meine Heimatstadt vom Zahra-Tourismus macht nur 45 Druck. Leck, so schwach ist meine Religion. Wow, das ist ja gar nicht gut eigentlich. Oh, ich kann eine Politik einführen, sehr schön. Dann bleibst du mal hier am Pennen. Du gehst hier rauf, dann kommst du runter. Und du gehst hier mal schauen, ob Linz sich retten kann. Äh, dann könnten wir hier ein paar Festungen bauen. Hier zum Beispiel. Haha, nein, geht natürlich nicht. Hier könnten wir eine Festung bauen. Wollen wir das? Ja, komm, das machen wir einfach so. Weil du ja nichts zu tun hast sonst. Äh, jetzt warte ich zuerst eine Politik einführen. Hier könnten wir die Grosswissenschaften schneller verdienen. Oder, das haben wir dir schon mal angeschaut. Kampfstärke von Städten erhöhen. Oder, das. Arsenal der Demokratie machen wir jetzt. Wir müssen auch ein bisschen schauen. Dann hat sich das erweitert. Äh, Freundschaft mit Siam ist beendet. Das wollen wir aber wieder. Wow, der hat mich überholt. Misch! Gar nicht gut, gar nicht gut. Ich nehme gerne an. Danke. Äh, zum Handeln hast du nichts. Also, tschüss. Hey, wir haben ein goldiges Zeitalter und sind gleich die Letzten. Hm, nicht gut. Du kannst dafür etwas produzieren. Einen Funkturm. Hm. Alright. Nein. Ähm, ich bräuchte aber, äh, ein bisschen, äh, äh, Freigaten an der Panzerschiff. Ja, der, äh, komm ich mach mal noch das Panzerschiff. Das ist okay. Mal schauen, haben wir schon ein bisschen aufgeholt. 148. Ja, wir haben es ein bisschen aufgeholt, aber wir müssen schon noch einen Gas geben. Ähm, aber da kommt schon wieder der Nächste. Und jetzt, ich glaube, nein, ich will ja niemandem den Krieg erklären. Ich lasse euch hier einfach ein bisschen provozieren und stelle da meine Leute noch ein bisschen an. Ja, komm, das machen wir mit dir. Tschüss. Äh, eure Stadt ist konvertiert. Wieder mal einiges mehr. Welche war es denn? Oh, Kiasso ist jetzt buddhistisch. Jaja, das ist okay. Rum und Marokko sind jetzt Freunde. Das ist aber gar nicht gut. Dann haben wir hier Marine, Marine. Da. Und komm schon mal hier runter. Was machen wir dort unten? Du willst jetzt auf Lübeck? Habe ich, glaube ich, gesagt. Oder? Hier haben wir 94. Und hier 128. Ja, du kommst hier auf Lübeck. Äh, kann ich hier? Hier durch. Ich gehe hier durch. So. Dann komme ich mit dir mal runter. Dort oben ist ja eine Stadt gegründet worden. Okay. Interessiert auch niemanden. Äh, du kommst mal hier. Da. Ich will jetzt eben schauen, was hier passiert. Nicht. Nicht. Wir sind einfach nicht fähig. So. Dann haben wir wieder unsere Armbrustschütze. Äh, Feilbogen-Schütze. Denn die brauche ich momentan nicht. Doch, hier. Also kannst du dort hin. Dann machst du unwegsam. Und mach mal auf Sanitäter. Dann schicke ich dich hier hoch. Ah, da komme ich nicht hoch. Weil. Ich da alles verbaut habe. Äh, komm ich mit dir da hin? Ja, dann kannst du mal dort hin. Dann kannst du nämlich da über. Sehr gut. Kubi. Bleib einfach sitzen. Hä? Schön. Auf der Ersatzplank bleiben. Äh, da haben wir noch nichts. Wollen wir aber. Gut. Nehmen wir auch. Äh, tschüss. Dann, äh, das war Baden. Das haben wir gesehen. Das wollen wir nichts wissen. Dann können wir hier wieder etwas produzieren. Und die Schweizer Kasernen natürlich. Das wäre cool. Aber, wie wäre es, wenn du mir jetzt auch noch so ein Wasserkraftwerk machst? Und Chiasso baut man gleich noch ein bisschen Panzerschiffchen. Das finde ich okay. Nächste Runde. Und gleich, gleich haben wir den Verbrennungsmotor. Das kommt gut. Das kommt gut. Dann können wir da mal mit dem Panzer ein bisschen vorwärts machen. Wow, da ist der Pacal schon immer Atomzeit, Alter. Mäh. Neues Forschungsabkommen zwischen Rom und Marokko. Weil die ja jetzt auch Freunde sind. Äh, aber ich tue jetzt da mit. Boah, der hat zwei Flugzeuge stationiert. Aber das sind ja eh nur so Weltkriegsflugzeuge. Die können ja nichts. Also die sind einfach ein bisschen da. Oder? Muss man schnell schauen, oder? Äh, wo sind denn da die Flugzeuge? Äh, da. Nein, nein, nein. Das sind die falschen. Ah, da die Luftfahrt. Weltkriegbomber und Dreidecker. Ja, die sind pff. Nicht. Einfach nichts. Äh, du bleibst mir aber bitte schön da in meinem Kreis hin, weil... Okay. Ähm. Da... Wollen wir was? Wieder runtergehen natürlich. Von tot in schnell schauen. Linz konnte sich in diesem Fall gegen die Barbaren durchsetzen. Soll aber nichts heissen. Du kannst auch mal auf Lübeck. Du gehst auch richtig Lübeck. Du gehst hier hoch. Du bleibst, habe ich gesagt. Du bleibst, habe ich gesagt. Du baust hier eine Festung. Einfach das wir mit ihr gemacht haben. Hey, Atomzeit, Alter. Das heisst, er hat... Wow. Okay. Ah, wir bekommen kein Gold mehr über. Ah, nein. Da lassen wir die anderen mit uns handeln. Atomzeit, Alter. Das heisst, er hat... Wow. Er ist entweder schon da oder da oder da oder da. Krass. Also das mit dem Wissenschaftssieg wird auch nichts. Wie viel Wissenschaft hast du denn? 56 Technologien. Ja. Oh, du hast 55. Ah, nein. Falschgut. 52, 51 sind ja alle etwa gleich. Wieso sind wir so schlecht? Wieso sind wir so schlecht? Ich weiss es nicht. Aber wir finden es dann raus in der nächsten Folge. Ich danke vielmals, dass du dabei warst. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder in diesem Sinn. Tschüss.